Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker mit die beste Cousine ever oder der beste Cousin ever. Eingesendet von Deutschland 2000 TV, eine Abschlussrate von 12,28%, 7 erfolgreiche von 57 Versuchen. 12 Leute haben sich dran probiert, der Rekord liegt in Amerika mit 16 Sekunden, einen Stern hat es. Ich habe die Ehre den zweiten Stern zu verteilen. Okay, gut. Was? Nee, jetzt ernsthaft? Oh, nee, das war meine... Oh, warum so? Hihi! Alter, das war jetzt sehr einfach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube aber nicht, dass ich den Rekord gebrochen habe. Aber ich war kurz davor. Ich war kurz davor, würde ich sagen. So kurz davor war ich nicht. Gut, also ein kurzes knappes Level. In letzter Zeit haben wir da sehr viele von. Denke mal, es wird aber jetzt wieder schwerer. Wenn ihr auch so welche Level habt, ob kurz, ob lang, ob hässlich, ob schön, ab damit in die Videokommentare. Facebook, Twitter, dort könnt ihr mir die Level auch gerne posten. Und ja, wenn ihr alles mit Social Media und so weiter keinen Bock habt, dann... Hey, ich bin euer Troplay, ich habe an euch gedacht. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link mit einem Formular. Dieses Formular könnt ihr entsprechend ausfüllen und dann spiele ich euer Level. Und dafür braucht ihr kein Social Media. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö! Tschö! Tschö!